José, Platz zwei beim Heimspielcup hier in Ludwigshafen gegen zwei Zweitligisten, 105 Minuten Spielzeit, kein Gegentor kassiert, aus unserer Sicht zweimal die bessere Mannschaft. Wie hast du das Turnier gesehen? Ja, ich denke, es waren zwei gute Tests für nächste Woche. Ich denke, wir haben uns super verkauft. Ja, vorne halt auch gute Aktionen gehabt, wo wir vielleicht das ein oder andere Tor hätten mehr machen müssen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es ordentlich von uns. Es war quasi das Ende der Vorbereitung. Wie fällt da so dein Fazit aus? Ja, ich finde, es war eine ordentliche Vorbereitung. Wir haben uns schnell zusammengefunden und können es kaum erwarten, dass es nächste Woche endlich losgeht. Dankeschön. Bitte.